Der 1. FC Nürnberg und Eintracht Braunschweig trennen sich 2 zu 1. Die Nürnberger machen einen wichtigen Schritt im Kampf gegen den Abstieg. Und natürlich war mal wieder der Match Wiener-Usun, auch wenn es nur ein Elfmeter war in dem Sinne. Trotzdem, was der Junge für eine Präsenz hat, was der zeigt auf dem Platz und vor allem auch die Mannschaft mitnimmt. Und das mit 18 Jahren einfach nur unglaublich. Allerdings war es Andersson, der die Nürnberger in der 23. in Führung brachte. Schlechtes Zweikampfverhalten von den Braunschweigern und so kassierst du eben mal ganz schnell das 1 zu 0. In der Folge würde ich sagen, Braunschweig hat sich bemüht, ins Spiel reinzukommen. Hat dann aber kurz vor der Pause einen Elfmeter verursacht, wo ich sagen muss, den kann man geben, muss man aber nicht. Usun hat den geschossen, sicher verwandelt, eiskalt und das mit 18. 45 plus 1, 2 zu 0 für Nürnberg. In der Folge, in der zweiten Halbzeit, finde ich, Braunschweig war besser über die gesamte Halbzeit gesehen. Und ist dann auch durch Philippe in der 57. Minute zum Anschluss gekommen. Und Braunschweig hatte noch seine Gelegenheiten auf 2 zu 2 zu stellen. Und vielleicht wäre das auch verdient gewesen. Aber ich würde sagen, da Nürnberg ein bisschen kaltschnäuziger war, vielleicht zum Teil die bessere Mannschaft war, über die gesamten 90 Minuten gesehen, ist der Sieg irgendwo verdient. Die Braunschweiger verlieren wichtige Punkte, die Nürnberger holen wichtige Punkte, weil im Abstieg da unten, da ist noch nichts durch. Und das wird spannend bleiben bis zum Schluss. Wie fandet ihr das Spiel? Schreibt es mir in die Kommentare. Daumen nach oben, da lasst ein Abonnier nicht vergessen. Ansonsten würde ich sagen, hören wir uns im nächsten Video und ciao, haut rein!